Hallo, 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 wir spielen wieder einmal Black Ops 2 Zombie Modus, Mob of the Dead, ich bin das Riesel, mit Fridolin am Start und dem Slushiii! Heute ohne Handycap, heute ohne Xbox-Controller. Oh, du hast dir eine neue Tastatur gekauft, oder? Jaja, klar. Aber okay, ich krieg zur Weihnacht noch mal eine neue. Nein, das ist ja so, ja, wie sagt man, 0815 Tastatur gerade hier. Aber ich krieg zur Weihnacht noch mal eine... Nee, lass die mal reinkommen, Digga, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, stimmt, hast du reinkommen? Ach, sorry, ich konnte das nicht wissen. Ich konnte das nicht wissen, das ist egal. Mann, wer hat schon die Platte berührt? Ich, ich hab's schon berührt, ich sag das ja nur, meinetwegen macht weiter, aber ich geb euch nur den Tipp, weißt du? Ihr müsst nicht auf mich hören, ich zöger euch zu nichts! Klar, wir hören aber auf dich, weil wir ja das können. Ja, also, also, also... Oh, Frido! Ich guck mal nur die Karte da gerade an. Scheiße! Ja, wir können jetzt feier, hier, guck mal. Warte, warte! Schlitz! Äh, hier ist dieser komische Tunnel, wo du nach unten gehst, guck mal, Frido! Oh, da sind wir, Freund, los! Gönnt euch irgendwie! Ach so, ja, das war ja. Boah, das war meiner, du Arsch! Re-repariert irgendwie! Ja, genau! Die töten dich sofort! Aber keine Sorge! Ist nicht von Dauer! Nicht von Dauer! Ähm, sagt, wenn ich aufkaufen soll, okay, ich hab... Ich hab hier... Ja, R-R-Runde zwei hoch zum Hund! Go, go! Ja, ich hab nämlich hier die dicke Cola, ne? Frido, wo... Ach da, okay, alle, alle, alles schon da, alles schon da. So, Granaten hier labern, ne, hier, zack! Na, klasse! Ja, ich würde sagen, ihr beide stellt euch wieder hier rein, hier in die Ecke, damit ich da allein die Zombies im Kreis drehen kann. Oh, ich geh mal auf die Toilette, komm da viel! Ja, beeil dich! Hast du, hast ja Zeit jetzt, so! Jetzt geht er pissen! Oder kacken, wie auch immer! Wie auch immer! So, schieß rein! Nein! Äh, warte! Ach so, okay, warte, ich mach's selber! Oh nein! Ohhhh! Ohhhh! Diese Nukes verderben einem alles, ey! Diese Nukes machen einem alles kaputt! Was ist los, Frido? Ich hab grad am Spiel keinen Sound! Okay! Nicht gut! Ja, sonst irgendwie merkt das aus! So! Mach weiter! Das reicht noch nicht! Die Waffe! Geht's jetzt, Frido? Ich hoffe doch! Guck mal! Lass die Zeit! Noch hast du, noch hast du Zeit! Ich bin doch nicht bereit aufzugeben! Ich bin doch noch nicht aus. Ich bin doch noch ganz schön! Okay! Puh! Ja! Okay! Nein! Vorsicht, nicht alle töten, musst aufpassen, in ihren Weg füttern. Warte, warte, ich mach das. Okay. Oh, oh, ein schneller, ein schneller, oh, oh, oh. Mach den schnellen weg. Oh, 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 oh. Ich hätte nie anders kommen, Rett. Oh, keine Sorge, okay, er schnauert irgendwann, oder was? Oh, cool. Okay, packst du. Das war Nummer 1. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht alle, nicht alle, nicht alle, nicht alle. Warte, 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 da kommen noch zwei, ich töte einen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist einer. Putt gehauen. Oh, ich dachte, den hättest du getötet. Äh, ja, Frido, geht's bei dir jetzt? Das ist der letzte, ist der letzte. Welter, ach, der da, ja. Gut, dann lass ihn mal am Leben. Frido, geht's jetzt bei dir? Äh, in-game-sound hab ich immer noch nie. Lol. Wie ist das wirklich in-game-sound? Äh, Fridolin, soll ich dir morgen oder so ein Headset vorbeibringen? Ehrlich, mir egal. Ich erkenne die Sinnlosigkeit meiner Hand. Oder sonst frei, du hast doch ein Handy. Ja. Oder iPod, guck in deiner iPod-Handyhülle, ob da Kopfhörer sind. Die sind ja immer, die sind ja wirklich versteckt. Kommt mal beide kurz mit, ja? Kommt mal beide mit, please. Ja, ja, komm, okay. Please, 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 please. Achso, ich hab die ganze Zeit auch früher hingeguckt. Ähm, ich wollt grad sagen, hier, einer hat keinen Afterlife mehr, einer hat ja, ach, ja, 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 beide keins mehr, oh, okay. Dann belebe ich dich die ganze Zeit wieder. Oder, Fridolin, oder, oder, oder. So, ich hab die dicke Kohle, ja. So, warte, komm mit. Ja, da ist jetzt ein Zombie, der eine muss halt den Zombie ablenken, ne? Und der andere belebt mich halt immer nur so halb, ne? Fridolin, rennst du nach vorne und lenkst den Zombie ab. Ja, wenn ich weiß, wo der Zombie ist. Es müsste nach vorne irgendwo sein. Oh, zur Zeit. Wenn ich ihn seh, dann kann man ihn finden. Oh, ja, das find ich so. LOL! Nein, jetzt hab ich keine Afterlife, scheiße. Egal, der Schlüssel haben wir. Hier ist der Schlüssel. Gut. Wo ist der Zombie? Das war jetzt nicht so geil, aber egal, 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 egal. Wir kriegen das alles hin, keine Sorge, Jungs. Keine Sorge. So was passiert, so was passiert. Also, ähm, hier wäre Maximo, oh, ich bin wirklich... Zack, und Mama, bitte hier, hier, hier auf, wer immer, keine Ahnung, wer, 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 wer hat Geld? Flasche hat Geld. Ich. Ich, ich bin nicht gelb. Achso, ja, hier, äh, Friedo, mach hier die Tür auf. Okay, okay. Darf ich einmal? Ach nee, brauche ich, ich brauche gar nicht eine Kiste, so. Wenn ich mich daran brauche, dann muss ich mir doch nichts holen, ich spare Geld. Genau, Geld sparen ist nämlich sehr wichtig, so wir sind rund, rund, rund drei, ne? Ich hab die Flasche berührt, ich hab die Flasche berührt. Was, die berührt? Ja, was passt denn? Oh my God, so, warte. Wir machen jetzt hier oben den Hund fittern, ne? Ja. Friedo, wo bist du? Hey, nagel. Das teilzunehmen war unnötig, egal. Hey, wieso? Weil das immer als letztes Rangebot wird, weil es ja schon da, da liegt. Oh, scheiße. Dafür brauchst du ja. Ja, lass den mal, wo, 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 wo der Zombie? Ja, mach die mal weg, es mir ist egal. Ich will aber durch den Nagel, wenn du Geld bekommst. Komm mit. Ich bin weg und dann nur nageln und weg und nageln und weg. Und nageln und weg, aber du kriegst ja nicht unendlich Kohle dafür, das weißt du, ne? Äh, ich bin mal so großzügig und mach mal alles auf, ne? Äh, ja, okay. Ich bleib dich wieder, mach das. Ach, brauchst du nicht, das wird schon. Geht, hm. Geht schon so, Hardy, brauchst du nicht. Ja, ja. Aber wann kommt Huni eigentlich? Ja, hier ist Huni, wir müssen erstmal immerhin töten, dann, dann spawnen Huni. Ja, ja. Schlimm, nur töte ruhig, was du töten musst hinter dir. Boah. Ja, ich hör die Richtung, ich kann nur. Ach, scheiße, du hörst ja gar nicht. Fuck, Alter. Hinter dir, oh, ja, nein. Ja, ich höll. Scheiße. Ja, du hast reingeschlitzt, ist passiert. Alter, hier passiert auch alles, ey. Fuck, Alter. Soll, sonst starte ich ganz schnell das Spiel neu. Ja, dann mach mal, würde ich sagen. Dann lassen wir in den letzten von Runde 4 am Leben. Dein Geduld schnell raus. Nee, ich hab hatte eh keine Wacken mehr. Du musst, du musst mal auch, nee, also du musst mal in die Option gehen beim Spiel und dann musst du da mal bei, 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 bei Sound die Soundausgabe ändern, das ist, das Gerät. Hinter dir ist das, das ist das, das ist das, oh, pass auf. Oh, 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 oh. Oder Fridolin, das war auch bei mir, das war ein richtiger Soundbug. Also es funktionierte manchmal, manchmal nicht, weißt du noch, dass damals. Das war auch irgendwas, ich konnte das, ich konnte das wirklich nicht umändern, das war so vorgelegt, ne. Und, ähm, wo ich das Spiel nochmal neu installiert hatte, ging's dann wieder. Warte, ich hab hier einen langen, ich hab hier, ich hab hier schnell einen Moment. So. Die Langsame um Leben lassen, weil, Langsame sind immer gut. Die Langsame sind sehr professionell. Oh ja. Oder mach mal den mal weg hier, dann stört der nicht so. Okay, ist voll, warte, warte. Lass am besten beide am Leben. Mhm. Und komm mit. Wo ist denn der andere? Ach da. Ja, deswegen. Komm. Folgen sie mich, so. Ja, du, ich weiß nicht, Friedo, du musst halt dein Dings umstellen, ne. Dein, dein, dein Soundausgabegerät. Aber hier, ähm, Hardy, wenn man das, die blauen Augen hat, also wenn man fünf Tage hintereinander COD gespielt hat. Ja. Und wenn man dann weit kommt und viel wiederbelebt, dann bekommt man doch viel schneller das Totenkopf mit dem Messer im Kopf, oder? Ja, ja, klar, es zählen die Kills, die Wiederbelebungen und, ja, genau. Die blauen Augen, sozusagen. Wie gesagt, äh, du musst jetzt aufpassen, ach nee, du wirst mich nicht wiederbeleben können, egal. Lass, also bleib einfach beim Zombie, also lenke einfach den Zombie ab, ja? Nimm den schon mal mit, weil wenn ich jetzt ins Afterlife gehe, während ich in der Nähe, in der Nähe von dem bin, dann, äh... Run, baby, run! Das sind zwei! Ja, mach einen weg, mach einen weg, mach einen weg, genau. Doch, einer ist weg. Okay, der rennt jetzt, se. Wie gesagt, ich hab Skill genug, dass ich das in der Zeit schaffe, hier alles anzumachen, und das schaffe ich. Wo ist denn jetzt der scheiß Zombie ab? Fuck, Zeit, scheiße, jetzt hab ich ja hier Zeit, ähm, aufgemacht. Fuck. Ja gut, immer gut, wenn du es nebenbei machen kannst, das ist natürlich echt geil. Wenn du mich nebenbei immer wieder überleben kannst, das ist sehr nice. Jetzt muss ich mal ihn weg. Ja, ja, renn immer in deine Runde, genau, und dann kommst du wieder. Hast du noch Afterlife jetzt eins, ja, ne? Ich? Du hast doch noch eins, ne? Ich hab ne K1, ich hab doch gerade oben alles aufgemacht. Ach ja, genau, stimmt, ja. Ja, okay, warte, warte, ich belebe mich wieder, selber. Du, so, ja, Slushy, äh, Quatsch, Frido, bist du drin? Ja. Da ist der Koffer nicht. So, Zombie, mach hin, ich will den Koffer holen. Bzw, ich kann erstmal das Teil hier holen. Äh... Was ist eigentlich dieses mit YouTube verknüpfen? Wir müssen die Teile zusammensetzen. Wie bitte? Äh, die Videos da. Kannst ja auf CODTV, äh, ja, CODTV machst du ja hier die ganze Zeit Videos und kannst sie dir dann natürlich auch nachher anschauen. Ja. Und dann musst du eigentlich auch hier auf dem Spielerkanal, ne? Geht das ja. Und deinen Kanal, dass wir knöpfen können. Ach so, ja, 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 ich glaub auch. Nur dann musst du natürlich in-game reden. Was? Anstatt, ne? Sehr gut gesagt. Hey, ich hör das jetzt grad die ganze Zeit in Dauerschleife im Laden stehen. Was? Na, dachte du, was du gerade gesagt hast. In-game-reden, in-game-reden. So, warte, sobald er hier wieder, sobald er drin ist, äh, werden wir zu Hund Nr. 2 gehen. So, ich bin... Slashy, nein, okay. Ha, hast du ne Waffe gehabt, oder? Ich hatte nicht ne gute. Ja, okay. Das reicht. Ne M-Tag reicht. Ne M-Tag, gut, dann komm mit, Slashy. Ich hatte nur ne B-23R. Ja, ja, komm, komm mit, komm mit. Ich komm. Oh, alter, er haut mich hier. Rain-Shit, alter. Ficken. Halt hier, grad aus. Ha, ha, zurück, zurück. Vorsicht, ach komm, ach komm, vorsicht, vorsicht, das schaffst du mich. Run. Das war meine Schuld. Die Tür würde ich nicht aufkaufen, Alter. Das ist fies, die ganzen engen Gänge dort hier. Ja, so, dann wieder hoch hier, wenn's geht, wenn du's packst. Okay, ich bin hier der, ne? Der Skiller, ne? Ja, total, alter. Genau. Du bist das Skiller. Ich weiß. Ich wiesel mich durch. Ja, du wirst am Ende sterben. Ich wiesel, ihr werdet sterben. Ihr werdet sterben, ja. Ja, es wird für du den Sterben, dann kommt so ein spannendes Showdown und dann, und dann, und dann füge ich dich, aber dann mästerst du mich von hinten. Ich bin schon voll in ner Messer-Animation und dann BAM. BAM. Es gibt keine Messer-Animation in Seeholey, das ist mit BF3 verwechselt. Aber im Ghost gibt's die, ne? In Ghost gibt's die minimal. So, komm, ich bezahl. Das verschafft uns wenigstens ein paar Sekundenluft. Eigentlich hätt's gleich auch bezahlen können, ne? Pff, komm ich beim Pleite. Ja, ehrlich, Janik. Ihr habt ne Emta, er, er sagt, er ist Pleite. Ich hab ne Emta. Ich bin voll plammt. Ich hab ne, ich hab ne Dreckswaffe hier. So, warte, warte, du hast, ah ne, du hast kein Afterlife. Oh, du hast auch keinen. Oh, du hast kein Afterlife. Fuck. Oh, Mann, Fadolene. Ja? Du wirst gleich so verrecken. Töte mal den letzten Zombie beim, beim Hund, bitte. Die Melodie kenn ich doch. Hilfe, ich werde verfolgt. Ich lebe. Alles muss man selber, ja, kommt schnell runter. Ich brauche ne Waffe. Ja, wir, 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 wir bleiben jetzt hier alle zusammen, ne? Weil, ich, 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 jetzt wird's richtig schön schwer. Ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe, ey. Ne, was, ne Waffel. Ne Waffe. Ne, ne Waffel. Ne Waffe. Ne Waffe. Ey, das wär doch, ey, das wär doch auch richtig geil, wenn man seine Waffe dropen könnte. Das wär echt nice, das Stück. Für die anderen Leute. Das wär richtig fett. Das ist ein Granaten-Hundi. Boah, hör auf, Alter. Gott, ich schreibe mich in meine eigenen Granaten hier gleich immer. Fress. Hilfe, Hilfe. Ja, da kommen einige Zombies runter, ne? Ich würde mal sagen, ein bisschen aufpassen würde ich sagen. Oh, Max Ammo, cool. Max Ammo. Boah, ich werde hierher von ihm. Wir dürfen ihn nicht zu viele töten, ne? Wir müssen aufgucken, dass hier, der, dass der genug zu fressen kriegt. Der frisst ihn nicht, Alter. Der frisst, hinter euch. Äh, halt. Sag mal, du hast jetzt aber Sound, Friedo, ja? Du hast jetzt Sound. Jetzt hab ich Sound, ja. Okay. Hörst du auf die Musik hier? Boah. Ne, ich hör kein... Das sind zu viele. Soll es die Tommi? Äh, im Spiel. Im Spiel die Musik. Die Ingame gerade. Also hier, das, das Musik-Esteck. Ich muss genau zuhören. Musik hab ich nicht so laut eingestellt. Schlitzen, aber nicht alle. Nicht alle, nicht alle. Der Hund ist voll, aber nicht alle Schlitzen. Auf keinen Fall alle. Ich glaube, wir müssen zu dem Kreis. Schlitz, ähm, hier. Slashy, äh, Quatsch. Friedo, Schlitz. Äh. Ja doch, Friedo muss Schlitzen, Alter. Friedo, komm, Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, go. Schlitz. Aber, 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 aber nicht, 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 nicht alle. Wir dürfen nicht alle töten. Das ist der letzte, ist der letzte, ist der letzte. Ja, das ist der letzte, der rennt, der rennt. So, hier. Hier hängt die Tommi an für alle, die ne Waffe brauchen. Also, Slashy, komm mit. Ich hab nicht genug. Friedo, würdest du bitte den Zombie nehmen, Friedo? Ja, okay, okay. Danke, so, Slashy muss mir folgen. Komm her. Bra, was Zombie.